Das 21. Jahrhundert. Eine Zeit voller Herausforderungen und voller Chancen. Heute leben mehr als 7 Milliarden Menschen auf der Erde und alle haben Wünsche, Träume und Ziele. Streben nach vorne. Die Menschheit rückt zusammen, denkt und handelt zunehmend international. Kommuniziert über alle Grenzen hinweg. Das Ziel ist die Zukunft. Der Weg dorthin führt über die zuverlässige Versorgung mit sicheren Lebensmitteln. Die Lebensmittelproduktion ist von Fortschritt und Strukturwandel nicht ausgenommen. Die Anforderungen an die Landwirtschaft streigen. Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz sind wichtige Stichworte. Produktionseffizienz und Wachstum sind weitere. Diese Aspekte zu vereinen, ist unsere Aufgabe. Wir schaffen die Basis für den Erfolg unserer Kunden. Dass ihr Land wirtschaftlicher und der Ertrag reicher wird. Unsere Lösungen dafür sind individuell, bodenständig und pragmatisch. Ressourcenschonend und artgerecht. Das ist unsere Handschrift und Ihr Erfolg. Agravis. Wir helfen wachsen. Wir gehen. Wir, Sauce der ein. Wir werden die Kommen. Wir gehen. Wir können die K aquí. antic Video. Wir gehen. Wir kommen die Karten vi gehen.